ja hallo youtube ich war ich mein so herzlich willkommen zu einem weiteren part 4 wir waren hier drinnen notsignal medtech research aber wir kommen da nicht weiter es kann natürlich sein dass es nicht direkt im gebäude ist aber hier verfliegt das notsignal auch wieder notsignal verloren ja da kann man nichts machen vielleicht folgen ja das haben wir ja gemacht dabei ist ja nichts hier es gibt auch keinen geheimeingang wahrscheinlich hoch soll er nicht oder hintertürchen muss übersehen hier etwas es wird natürlich stärker aber tut mir leid wie entfernen weil das gar nicht da drin ist es sind die richtung ja hier und so suchte die kampfschauplatz ok hier war ich schon mal aber ich habe es nicht wiedergefunden kalibre 50 schlachtfeld holoband nehmen ritter fans holomark fusion 10 hörte die schlaf ja sofort das gepiepsel kommen wir jetzt ausmachen oder und dann uns das holoband anhören schlachtfeld ich war schon mal hier das weiß ich ich erinnere mich bin ich auch querfeld ein durch die gegend gelaufen auf der straße in einem hinterhalt geraten sind 1 zu 5 in der unterzahl meldung wir müssen die rüstungen zerstören wir dürfen nicht zulassen dass wir gehen zur alten militärbasis und versuchen dann es zu unserem untersturm zu schaffen der code ist unsere kennung das wärs ok bewegung 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 44 fusionzellen 38er aufklärungsbunker ja da gehen wir jetzt aber nicht hin aber hier wir untersuchen das mal komplett verformt das hier ebenfalls unbrauchbar unbrauchbar euch eine pilz hinzugefügt hier liegt einer also so viele menschen nicht viele super mutanten ach das war das ja diese ähm die verschollene patrouille untersucht den bunker in einer ruine beim melden habe ich die überreste einer einheit von soldaten der bruderschaft gefunden die wohl in einen hinterhalt geraten und beinahe vollständig ausgelöscht worden sind wenn ich ihren spuren spuren folge finde ich vielleicht heraus was es aus ihnen geworden ist ja gut aber das wollten wir doch gar nicht machen wo sind die denn jetzt da untersuche den bunker ja markierung haben wir ja schon oje mini moment dann muss ich das andere dann lassen wir das andere mit der hexerei erstmal was machen wir dann danach ok achso ich muss bei daten ich bin wieder baller baller ja mit ihm ist war noch sprechen mit jack cupboard über das artefakt ok jetzt haben wir nur ein ziel schauen wir mal wo uns das jetzt hinführt ok 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 so so wir haben die 44er wieder in der hand so deswegen waren die aufgaben noch nicht erledigt weil wir das noch nicht gefunden hatten ja ich erinnere mich wir wurden laufend angegriffen wir waren noch ganz frisch unterwegs sozusagen Todes wie heißen die Red Skorpione und so viele Gule und alles mögliche war hinter uns her dann war ich kurz da und irgendwie bin ich gestorben und bin dann an einem Punkt wieder rausgekommen der Speicherpunkt war dann so blöde gesetzt dass ich nicht mehr den Weg gefunden habe wo das war ja von dem her ja fünf Millimeter Plasmakartusche also wir werden das noch machen und dann werde ich aber eine Schnellreise nach Slocke machen weil wir wirklich jetzt langsam oder sicher überladen wahrscheinlich gleich werden von der anderen Seite festgekettet das war das Haus wo man nicht reinkommt ok so schauen wir mal was uns im Bunker erwartet ach da ist wieder was zum entdecken rutschen wir mal dran vorbei oder ist das der Bunker kommt her Hühnchen kommt das Trong ist auch ein bisschen hab ich den Hund erwischt vielleicht vermischtlings Hund red red hey verschwunden nicht fair marsfusions schutzhütte Krunk 45er vielleicht vermischtlings Hund und Aluminiendose aber hier müssen wir ach ach eine geile Explosion sehr schön das will uns nur einer komm rein nein ich komme nicht rein komm Strong wir machen jetzt die Aufgabe fertig wir machen jetzt die Aufgabe fertig irgendwo hier ist ein Bunker wir sind ganz nah also ich laufe immer noch mit dem neuen Rekorder rum Loilo Game Recorder ich muss sagen ich bin zufrieden also es geht noch weiter Ruckblume laufen wir ein bisschen so oder auch nicht irgendwo ballern so wieder da super Mutanten so hätten wir es auch aber ja Ich glaube, der Wagen fliegt gleich in die Luft. Kronkorken. Oder? Warten wir lieber einen Moment. Denn bei unserem Glück, wenn wir dran vorbeilaufen, macht es Kabum. Habe ich doch gesagt. Habe ich das nicht gesagt? Aber sieht schön aus, he? Ja, ich konnte vom Spielequalität auch mal ein bisschen hochschrauben. Dank diesen Aufnahmeding. Oh, Fraps hat irgendwie Probleme bei mir gemacht. Vielleicht, keine Ahnung. Weiß nicht wieso. Ich wollte was essen. Ich komme immer aus dem Takt hier. Was nehmen wir denn? Eichhäinchen am Stiel. Ach, Gemüsesuppe. Und eine Köterkeule. Und dann können wir ein Redex auch nehmen. Da strahlt es ganz schön. So. Müssen wir was einsammeln wieder. Befehle der Supermutanten wissen wir rauben, töten, morden, essen oder so. Ja. Kronkorken, 38er, Molotow. Und du hast Kronkorken und eine Mini-Atombombe. Du siehst aber schlimm aus. Aber waren das nicht mal mehr? Oh, die ist sogar noch besser. Die könnte ich strong geben. Hey, Strong, ich habe nur bessere Waffe für dich. Aufgepasst. Du sollst erstmal... Ja. Ich gebe dir... Ähm... Erstmal... Die. Dann... Habe ich eine Waffe für dich. Wo habe ich sie denn? Die kannst du auch alle haben. Das auch. Die. Und dann möchte ich auch, dass du sie nimmst. Die. Nimmst du. Äh... Ausrüsten. Das kannst du mir geben. Das ohne Ding auch. Das heißt, das eine, das kannst du behalten. So. Und ich schmeiße nämlich das weg. Nee, wollte ich nicht. Ich wollte... So. Und... Wir nehmen die Waffe wieder. Boah, wann sonst keine mehr da? Ach, da oben schießen sie rum. Das ist ein Baumhaus oder was? Das ist ein Baumhaus oder was? Egal. Wir sind fast da. Wir sind fast da. Ja, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Ich habe es nicht gesehen. Entschuldigung. Ich habe es nicht gesehen. Und ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Entschuldigung. Brandis. Brandis, ich bin zum Reden hier. Ganz ruhig. Brandis, ich sehe mich nur um Waffe fallen lassen. Notsignal. Du bist Paladin Brandis? Ich, ich habe dir eine Frage gestellt. Warum bist du hier? Warum bist du hier? Äh, Notsignal. Ich wollte dir den Notsignal, die dein Team zurückgelassen hat. Ihre Holobänder haben mich herher geführt. Die anderen, was ist mit ihnen geschehen? Die anderen, die anderen, die Erkennungsmarken übergeben. Sie sind tot, Paladin. Ich habe ihre Erkennungsmarken mitgenommen. Das, das hast du? Danke. Das bedeutet mir viel. Ich, ich wollte zu ihnen zurückkehren, musst du wissen. Ich konnte nichts tun, nicht allein. Aber, ich hatte gehofft. Du hast viel auf dich genommen, um mich zu finden. Ich sollte dir etwas geben. Ich habe über die Jahre viel gesammelt. Technologie, Kremskrams. Wenn du was haben willst, nimm es. Hier draußen versteckt, Belohnung, leb wohl, helfe gern. Schön, dass ich helfen konnte. Das weiß ich zu schätzen. Danke. Abgespräch, bin ich Paladin. Äh, Strong hat es nicht gefallen. Strong, tut mir leid. Strong, Cock, Mentals, Buff out. Er hat gesagt, ich darf alles nehmen. Ja, den lasse ich ihm da. Brauchen wir nicht. Klebeband, kann ich nochmal mit ihm reden? Strong, Cock, 45er Patron, Nachtsicht, 45er, Impro, Scharfschützen, Bleibverkleid, Versteckte. Brauchen wir nicht. Da, 2 Meter, Kaliber 50, Fusil 11, 5 Millimeter. Scharblatt Militärstandard. Steilende Bruderschaft, Erkundungsteam 429 Alpha, letzter Bericht. Unsere Mission ist gescheitert. Sechs Stunden nach Beginn geriet meine Kompanie in einen Hinterhalt. Wir haben fünf Ritter verloren und die Reserven unserer Power-Rüstung sind erschöpft. Wir haben die Rüstungen zerstört, um Plündungen zu vermeiden. Dann zogen wir uns unter Beschuss zurück und gaben unsere Vorräte auf. Ich wurde innerhalb einer Woche von den zwei verbleibenden Mitgliedern meines Teams getrennt. Beide sind vermisst. Status unbekannt. Ich hatte gehofft, sie an unserem Bunker zu treffen und mit ihnen aus den Kameruels fliehen zu können. Aber bisher ist niemand gekommen. Niemand ist gekommen. Also, nimm einfach, was du brauchst und geh. Lass mich einfach in Ruhe. Okay, komm, Strong, wir gehen. Ich nehme mir jetzt auch nicht alles weg. Nur das, was wir gebrauchen können. Ja, komm, Strong. Gut, wir haben fertig. Ich würde sagen, ich mache hier einen Break. Ich mache mal hier dieses Ding da. Markierung platzieren. Ich weiß nicht, warum ich die Markierung nicht... Nein. Wieso geht das nicht? Diese blöde Markierung wegmachen. Mal können wir uns bewegen. Wo ist sie hin? Sie ist außerhalb sowieso des Bereichs. Oh komm, mach mich nicht blöd. Es ist so schwierig, diese blöde Markierung da wegzumachen. Ja, wir haben schon viel entdeckt, aber sind noch nicht überall rein. Wenn es so ist, dann gehen wir jetzt in die Richtung, wo dieses blöde Ding zeigt. Bis wir nicht mehr können und dann schaffen wir es vielleicht, die Markierung wegzumachen. Nein, geht nicht. Aber hier ist Ende im Gelände. Hier ist Ende. Nein, ich komme nicht mehr an diese blöde Markierung dran. Und wenn ich woanders was markiere? Ach, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich wollte doch... Aber mir doch wurscht. Sowieso muss ich jetzt... ...die Folge beenden. Oh Mann, ich wollte gar nicht schnell reisen. Ich wollte eine Markierung setzen. Da war ich wohl zu schnell. Ja. Jetzt gucke ich nochmal. Äh... Das ist log. Machen wir doch einfach mal eine Markierung dahin. Ob das Ding da oben dann... Ja, es geht weg. Gut. Dann möchte ich aber jetzt die Markierung aufheben. Na komm. Markierung entferne. Gut. So. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Jetzt sind wir wieder hier. Aber macht nichts. Wir waren im Bunker. Haben endlich die Holobände... Äh, diese Sachen, die wir mit uns getragen haben, abgegeben. Erkennungsmarken. Ähm, ja. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Falls ich irgendwas übersehen habe, bitte sagt es mir. Ich gehe gerne nochmal hin. Ja. Mir bleibt nur noch eins zu sagen. Ich bin weg. Adios.